Die Landesgartenschau hätte nicht nur für die Konfirmation Stadt Schwalmstadt eine Signalwirkung, sondern für das ganze Rotkäppchenland. Im Rotkäppchenland liegt der Marktflecken Frielendorf mit seinem Tourismusstandort am Silbersee. Wir würden uns freuen, dass wir die Gäste der Landesgartenschau auch bei uns als Gäste begrüßen könnten. Und wir wünschen der Stadt Schwalmstadt viel Erfolg bei der Bewerbung für die Landesgartenschau 2027. Vielen Dank.